Bewerbungsfrist verlängert. Die Berliner Polizei hat ihren Bewerbungszeitraum bis zum 17. August verlängert. Ausbildungssuchende haben nun noch länger die Möglichkeit, sich für den mittleren sowie den gehobenen Dienst zu bewerben. Insgesamt sollen rund 360 Polizeianwärterinnen und Anwärter im kommenden Jahr eingestellt werden. Informationen erhalten Interessierte bei der Bewerbungshotline der Polizei unter 4664 99 18 88. Auch die Bundespolizei sucht Anwärter für den mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst. Für die Einstellung im September 2015 ist der Stichtag der 15. Dezember dieses Jahres. Bei Eignung und nach erfolgreichem Abschluss ist auch ein Wechsel zur Reiterstaffel möglich. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen und welche Aufgaben auf die Polizeireiter zukommen, erfahren Sie ab Dienstagabend in der Reportage Dossier 24.